Ich grüße Sie, meine Damen und Herren. Fast schien es so, als könnte Europa an der Corona-Krise vorbeischrammen. Doch mit dem Auftreten zahlreicher Fälle auch in unseren Breiten sind wir gefühlt mittendrin und daher möchten wir die heutige Sendung dazu nutzen, den Chefvolkswirt der Commerzbank nach seiner Einschätzung der Lage zu befragen. Hallo Herr Dr. Krämer. Ja, guten Abend. Vor zwei Wochen standen wir schon mal hier. Das schien es eher so, als ob Corona nicht das große Thema an den Märkten werden würde. Da sprechen wir gleich noch ausführlicher drüber. Schauen wir uns zunächst mal die Lage in China an. Gibt es hier neue Signale? Ja, vor gut drei Wochen hat ja das chinesische Neujahrsfest geendet und in den ersten drei Wochen danach war ein Produktionsstillstand auf breiter Front in China zu beobachten. Das sehen Sie an diesem Schaubild. Normalerweise nach dem Ende der Neujahrsferien steigt der Verkehr in den großen Städten wieder kräftig an, geht zurück auf das Niveau vor den Ferien. Aber in den ersten drei Wochen, diesmal nach Ende der Ferien, ja, kaum ein Anstieg des Verkehrsaufkommens. Das heißt, wir hatten drei Wochen doch einen weitgehenden Stillstand der Produktion. Also drei sehr schlechte Wochen in China. Zuletzt in den letzten Tagen sieht es hier wieder besser aus. Sie sehen, der Anstieg hier beim Verkehr ist sichtbar. Wir hören auch aus immer mehr Unternehmen, auch von chinesischen Provinzen, dass die Unternehmen beginnen jetzt langsam ihre Produktion wieder hochzufahren. Also ich habe den Eindruck, dass im leitgeprüften China langsam Licht am Ende des Tunnels sichtbar wird. Aber ist China überhaupt noch das riesige Thema? Die Krise schwappen auch Europa rüber. Da müssen wir natürlich auch mal darüber sprechen, was hierzulande drohen könnte. Ja, absolut. Die Krise ist hier. Sie sehen das auch an der Zahl der Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen. Sicherlich das Gros der Neuinfektionen weltweit entfällt immer noch auf China. Hier gelb. Aber zum Beispiel Italien hat auch in Grau hier noch beträchtlichen Anteil mittlerweile an den weltweiten Neuinfektionen, obwohl das Land Italien ja verglichen mit dem riesigen China ganz, ganz klein ist. Da sehen Sie also, dass das Coronavirus leider auch jetzt in Europa angekommen ist. Und sind denn auch schon wirtschaftliche Auswirkungen in Europa zu spüren natürlich jetzt im ersten Quartal möglicherweise? Haben Sie Ihre Prognosen korrigiert? Also als wir vor zwei Wochen hier standen, habe ich gesagt, es könnte sein, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal sinkt wegen Corona. Mittlerweile würde ich sagen, dass es doch wahrscheinlich ist, dass wir einen solchen Rückgang im ersten Quartal bei uns sehen. Das erste Argument ist natürlich weniger Exporte nach China. In den ersten drei Wochen hat die Produktion in China weitgehend stillgestanden. Das Bruttoinlandsprodukt, wenn es denn wirklich offen von den Statistikern in China berichtet würde, müsste eigentlich einen Rückgang zeigen, ja von vielleicht fünf Prozent. Und das würde natürlich durchschlagen auf unsere Exporte nach China, für die ich hier mal Minus von acht Prozent unterstellt habe. Und allein das spricht schon für einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland im ersten Quartal. Gibt es noch andere Stellen, an denen wir möglicherweise getroffen werden könnten? Man stelle sich nur vor, die Lieferketten von China sind natürlich auch nicht so wie sonst üblich. Das heißt, die Produktion hierzulande könnte ja auch üblicherweise dann Auswirkungen erfahren. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Argument, denn die Produktion in China stockt ja schon seit dreieinhalb Wochen. Und die Unternehmen hierzulande haben ja auch nicht Lagerbestände für zwei oder drei Monate in Zeiten von Just-in-Time. Das heißt, man hört also von immer mehr Unternehmen, dass sie leiden unter fehlenden Nachschub aus China. Und das betrifft vor allem drei Branchen, nämlich die Automobilbranche, Chemie und Pharma. Die machen ungefähr zehn Prozent am deutschen Bruttoinlandsprodukt aus. Und selbst wenn nur bei fünf Prozent dieser Unternehmen es zu Produktionsunterbrechungen käme, jetzt im kommenden Monat März, wegen fehlenden Nachschubs aus China. Selbst das würde schon durchschlagen aufs Bruttoinlandsprodukt in Deutschland. Also ein weiteres Argument, warum doch im ersten Quartal ein Minus wahrscheinlich ist in der deutschen Wirtschaft. In Deutschland haben natürlich auch schon die ersten Fälle jetzt aufkommen. Vielleicht ganz kurz, wie hart kann es Deutschland noch treffen? Ja, also wir haben ja gesehen, wie schnell das in Italien ist. Und wir haben auch gesehen, in Italien das Städte abgeriegelt worden ist. Darunter leidet natürlich die Produktion, leiden die Unternehmen. Und niemand kann ausschließen, dass das vielleicht auch bei uns so kommen könnte. Und das ist ein weiteres Risiko für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Mal ganz abgesehen von den medizinischen und menschlichen Problemen. Vielleicht noch ganz kurz zum DAX. Der hat eine kräftige Korrektur erfahren. Steckt da die Krise schon voll drin, Ihrer Meinung nach? Oder wie ist die Lage? Klar kann es weiter bergab gehen. Aber ich denke, mittelfristig wird sich der DAX wiederholen. Die Anleger schauen nach vorne grundsätzlich. Die Zinsen sind niedrig und von daher greifen Anleger natürlich gerne bei fallenden Aktienkursen zu. Zumal sich auch ein Ende der Krise in China so langsam abzuzeichnen beginnt. Vielen Dank, Herr Dr. Krämer, für Ihre Einschätzung. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen uns in der kommenden Woche wieder. Bis dahin, machen Sie es gut. Schönen Abend.